bärleute herzlich kommen zu einem infovideo heute haben wir schon lange nicht mehr also mache ich jetzt mal eins denn es gibt eine kleine neuigkeit und zwar stehen jetzt dann gleich meine prüfungen an und ja ich habe natürlich schon alles gelernt aber ich möchte natürlich alles noch ein zweites mal lernen versteht sich ja und deswegen muss ich jetzt noch ein bisschen lernen und ja meine prüfungen schreiben muss ich auch noch deshalb wird es wohl in nächster zeit keine videos geben vielleicht ich sage es einmal höchstwahrscheinlich werde ich keine videos mehr produziert jetzt in dieser zeit also bis zum mittwoch ist hier noch was hochgeladen bis zum mittwoch und danach ist dann höchstwahrscheinlich wie gesagt ein paar wochen durchstrecke kann sein dass ich vielleicht doch mal ein video hochladen oder so aber grundsätzlich eher nein wie gesagt weil prüfungen und lernen und bla 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 das war es eigentlich schon mit mit der info die ich euch sagen wollte aber das wäre so ein scheiß video irgendwie wenn ich nur das hochladen würde deshalb habe ich noch was anderes und zwar wurde ich getaggt mit dem sogenannten ein wort tag bei dem ich auf 39 fragen mit einem wort antworten muss ja und getaggt wurde ich vom blocky 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 ja gut dann wollen wir doch mal loslegen frage eins wo ist dein handy hier dein partner in existent deine haare dunkelbraun deine mama weiblich dein papa männlich dein lieblings gegenstand mein pc dein träum von letzter nacht mein pc dein lieblings getränk eistee dein traumauto zug fragezeichen der raum in dem du dich befindest hier deine angst was möchtest du in zehn jahren sein mit wem verbrauchst du den gestrigen abend mein pc das letzte was du getan hast frage 13 was trägst du kleidung dein lieblingsbuch äh 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 mein matheübungsbuch ich lese keine bücher ok der letzte was du gegessen hast nudeln dein leben lebt deine stimmung anwesend deine freunde freundlich woran denkst du gerade gedanken was machst du gerade frage 22 dein sommer vorbei was läuft in deinem tv wo hast du das letzte mal gelacht irgendwann das letzte mal geweint irgendwann schule haha ohne was hast du gerade den computer lüfter liebste wochenendbeschäftigung mein pc traumjob millionär dein computer lusche außerhalb deines fensters du bier nö mexikanisches essen ja winter cool religion nö urlaub in existenz auf deinem bett deine moda moment das sind zwei wörter äh dann schweinerei wenn du verstehst was ich meine zwicker und zu guter letzt liebe pizza ja ich glaube pizza trifft das ganz gut ja das war der ein fragen tag theoretisch dürfte ich jetzt ein paar leute weiter taggen aber ich wüsste jetzt gerade gar nicht wen ich da überhaupt taggen sollte äh der nestflur wurde ja schon getaggt ansonsten fühlt sich doppelt getaggt ähm und sonst wie gesagt wüsste ich jetzt gerade niemanden äh kein youtuber ja wobei ja doch komme ich ich täcke gronk wenn er es nicht macht dann äh muss es einen youtube kanal löschen machen wir das so machen wir das so gronk du bist getaggt wenn du das nicht machst dann werde ich persönlich deinen youtube kanal löschen gut also das war's mit diesem info video und mit diesem einfragen tag ähm ja und ich hoffe die pause ist nicht allzu schlimm ich hoffe ihr könnt das verkraften und ansonsten sehen wir uns dann irgendwann wieder macht's gut leute und ciao